Hallo, hier sind wir wieder, eure Auswanderer aus Siede. Heute hier wieder von der schönsten Stelle der Welt, der Strandpromenade in Siede. Der heutige Film beruht auf einem Kommentar eines Zuschauers. Der wollte gerne mal wissen, wie sieht es in der Siede Altstadt aus mit den Bauarbeiten. Deshalb werde ich jetzt die Strandpromenade zur Altstadt fahren und euch dort zeigen, was dort alles abgerissen und neu gebaut wird. Viel Spaß beim Zusehen! So, da sind wir auch schon an der ersten Baustelle. Hier standen vor ein paar Jahren noch Geschäfte und jetzt wird hier schon rege gearbeitet. Was hier entstehen soll, das weiß ich noch nicht. Aber was auf alle Fälle an Siede interessant ist, sobald man hier ein Loch gräbt, stößt man auf tausende Jahre alte Ruinen. bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.